So, ich möchte gerne anfangen und zwar eine Landwirtin auf die Bühne zu bitten. Ihr Name ist Louise Niehus und sie ist Quereinsteigerin. Ich liebe es, Quereinsteigerinnen zu treffen, weil ich mich dann immer frage, was motiviert dich, was hat dich zur Landwirtschaft gebracht. Bei ihr war es ihr Mann und seit 2023 betreibt sie selbstständig eine Salzwasserkreislaufanlage. Ein sehr langes deutsches Wort. Darf ich noch mal kurz zur Ruhe bitten? Ich habe das Gefühl, ich schreie voll, obwohl ich ein Mikro habe. Ha, schön, danke. Genau, Louise Niehus, magst du schon mal nach vorne kommen? Ich würde gerne an dich abgeben. Genau, du hältst jetzt einen Vortrag mit dem Thema, wie Innovationen in die Praxis kommen und ich überlasse dir das Wort. Ja, danke schön. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Maja, du hast mich ja schon gut vorgestellt. Ich mache es trotzdem noch mal gerne alleine. Genau, ich bin Louise Niehus, Landwirtin aus der Nähe von Münster und ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und euch unser Projekt auf dem Hof vorzustellen, unser neuestes Projekt. Und zwar betreiben wir seit dem letzten Jahr eine Indoor-Fischfarm der Firma Seawater Cubes und in der halten wir Wolfsbarsche, also einen Salzwasserfisch. Und ich möchte euch heute gerne darüber berichten, wie es dazu kam, dass wir das überhaupt machen, wie das funktioniert und auch welche Herausforderungen es dabei gab und auch noch gibt. Genau, zunächst möchte ich euch einmal kurz unseren Hof vorstellen. Der liegt in NRW, also in der Nähe von Münster, genauer gesagt in Albersloh, unser kleines Dorf. Und den Hof gibt es schon tatsächlich seit dem 13. Jahrhundert, also der ist schon wirklich richtig lange da. Der wurde immer von Familie zu Familie weitergegeben und aktuell leben drei Generationen auf dem Hof, das sind einmal meine Schwiegereltern, dann mein Mann Karl und ich und wir haben drei Kinder, die sind sieben, fünf und zwei Jahre alt und aktuell beschäftigen wir einen Mitarbeiter und noch eine Auszubildende. Auf unserem Hof leben auch noch 1500 Mastschweine, die wir selbst mit Futter versorgen, also wir haben noch Ackerbau dazu, wo wir das Futter für unsere Tiere selbst anbauen. Dann haben wir eine 75 kW Hofbiogasanlage, die hauptsächlich mit Mist betrieben wird. Und dann haben wir noch Photovoltaik auf dem Hof und auch ein bisschen Ball, die wir bewirtschaften. Und seit kurzem kann man bei uns Fische gucken. Genau, hier seht ihr unsere mittelste Tochter vor dem Fischfenster. Das war so ein Wunsch oder so eine Spezialanfertigung, sagen wir mal. Das ist jetzt nicht standardmäßig bei dem Cube dabei, aber das haben wir uns einfach überlegt, dass wir das gerne hätten, weil wir die ganze Anlage auch transparent bestalten wollen, dass der Kunde oder die Interessenten, die zu uns kommen, dass die wirklich einen direkten Blick in unsere Anlage haben. Also jetzt ohne Video, also Bildschirm war für uns keine Option, sondern wirklich, man soll selbst reinschauen können in die Anlage. Und ja, das macht es natürlich sehr transparent. Und ich habe euch hier mal ein kleines Video mitgebracht, dass ihr auch schauen könnt, wie die Fische bei uns hier so schwimmen. Und ja, da kann man schon sehen, dass wir wirklich klares Wasser haben, was natürlich wichtig ist für die Fischgesundheit. Und wie das funktioniert, das würde ich euch auch später auf jeden Fall noch erklären. Genau, aber jetzt noch mal kurz zurück. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir uns Fische auf den Hof geholt haben? Das war so, dass wir uns letztendlich einfach den regionalen Markt angeschaut haben und geguckt, was gibt es einfach schon an regionalen Produkten. Da haben wir auf der einen Seite natürlich Fleisch, was verfügbar ist. Also wir haben ja selber natürlich auch Schweine und haben uns da auch schon mal in der Direktvermarktung versucht. Das war ja ein bisschen schwierig tatsächlich. Und es gibt da einfach andere, die da vielleicht noch besondere Schweinerassen halten und auch mit Auslauf und letztendlich ist der Markt da einfach gesättigt. Das heißt, da sahen wir uns jetzt nicht in der Direktvermarktung. Dann gibt es natürlich Eier zu Genüge. Die Hühnermobile sind in den letzten Jahren wirklich so aus dem Boden geschossen. Da ist der Markt also auch gesättigt. Es gibt genug Gemüse, es gibt genug Obst, Pilze, alles schon da. Also was bleibt noch übrig? Letztendlich Fisch, weil den gibt es noch nicht. Und vor allem regionalen Meeresfisch, das macht es natürlich noch mal besonders spannend. Genau, außerdem passt Fisch sehr gut zu uns, weil wir haben auf dem Hof eine Biogasanlage, habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt. Das ist dieser große Turm, den ihr da seht. Da leben die Bakterien drin und dieses große Zeltdach, was man da sieht, das gehört auch noch dazu. Und das Schöne ist jetzt, dass wir die Abwärme, die am Motor der Biogasanlage entsteht, dass wir die nutzen können, um das Wasser bei unseren Fischen zu erwärmen. Der Wolfssparsch lebt so bei 24 Grad ungefähr, das heißt im Herbst, Winter würde das Wasser auf jeden Fall auch ein bisschen zu kalt für die Tiere werden und dann können wir einfach die Wärme, die wir eh übrig haben, nutzen, um das Wasser zu erwärmen. Außerdem kann man da hinten auch noch sehen, haben wir auch Photovoltaik auf dem Hof, das heißt uns steht auch Strom zur Verfügung. Und ein sehr schöner Nebeneffekt ist noch, dass wir das Abwasser, was bei den Fischen anfällt, das verwerfen wir nicht, sondern das geht auch noch mal in die Biogasanlage zurück, weil da setzen wir Mist ein und der muss befeuchtet werden. Da haben wir bisher immer Grundwasser benutzt, um den Mist zu befeuchten und jetzt geht da wirklich unser Abwasser in die Biogasanlage und das ist natürlich auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft natürlich auch wirklich richtig gut, weil letztendlich landet das Abwasser oder das Substrat der Biogasanlage auf dem Feld, da wachsen dann wieder die Pflanzen, die dann wieder unsere Tiere fressen, also es ist dann auch eine runde Sache. Und außerdem war uns wichtig natürlich, dass wir auch ein zukunftsgerichtetes Standbein aufbauen, also gesunde Lebensmittel produzieren, die unter guten und nachhaltigen Bedingungen erzeugt werden, denn wenn man sich überlegt, wo der Fisch oder der Meeresfisch sonst herkommt, natürlich er kommt aus dem Meer, nur da muss man sich natürlich fragen, wie lange kann man überhaupt aus dem Meer überhaupt noch Fisch beziehen und die Situation in den Meeren dann ist natürlich auch an vielen Stellen bedenklich, sei es jetzt die Fangmethoden, wie die Fische gefangen werden mit den Schleppnetzen unter anderem oder auch die Belastung mit Mikroplastik, das sind alles so Themen, die sind natürlich nicht so schön und wenn der Fisch jetzt in Netzkäfigen gehalten wird, dann ist natürlich auch eine gewisse Belastung des Wassers da, sei es jetzt das Futter eingetragen wird, was ja durch das Netz durchgeht und dann auch im Wasser landet oder auch der Einsatz von Antibiotikum. Und wenn der Fisch aus Ackerkultur kommt, dann hat er oft auch eine lange Reise hinter sich, weil zum Beispiel der Wolfsbarsch, der kommt oft aus der Türkei oder aus Griechenland und da kennen wir auch nicht so richtig die Haltungsbedingungen, also haben wir uns gedacht, nehmen wir das doch lieber selbst in die Hand. Als nächstes habe ich hier gerade mal ein Video für euch vom Aufbau unserer Anlage. Ich lasse das mal einfach hier so, das ist so ein Zeitraffer, lasse ich mal einfach hier so abspielen. Genau, vielleicht die Musik, wenn es geht, ein bisschen leiser machen, dann kann ich parallel vielleicht was erzählen. Genau, wie ihr hier sehen könnt, besteht unsere Anlage aus Überseekontainern, also es sind ausrangierte Überseekontainer, die schon auf dem Meer im Einsatz waren und die werden in Saarbrücken vorgefertigt mit dem ganzen Inhalt, also wie man da sieht, das Becken ist da verbaut, die ganze Filtertechnik und letztendlich wird die Anlage wirklich, die Container kommen so angefahren, in vier Stunden wird das Ganze ungefähr aufgebaut. Genau, und das ist natürlich eine coole Sache, dass es da so schnell alles vonstatten geht und letztendlich werden die Container danach noch verbunden, dann kommt irgendwann das Wasser rein, das Salz rein, dann wartet man ein kleines bisschen, bis das alles so gut eingesalzen hat und dann können irgendwann auch schon die Fische rein. Genau, hier sieht man jetzt nur vier Container, der fünfte ist bei uns später die Verarbeitung. Genau. Wollen wir das schon mal stoppen. Genau, hier oben links könnt ihr nochmal unsere Anlage sehen. Wir haben uns dazu entschieden, die Anlage außen mit Holz zu verkleiden, weil dadurch, dass die Container schon mal auf dem Meer unterwegs waren, haben die auch da und hier und da die eine, eine oder andere Delle und deswegen haben wir uns gedacht, macht das mehr her, wenn man außen so das Holz da dran macht. Genau, da rechts auf dem Bild könnt ihr mich in der Anlage sehen. Wir haben ein elfförmiges Becken aus GfK und das ist nochmal in drei Segmente eingeteilt. Das heißt, wir haben immer drei Altersgruppen von Fischen. Vorne in dem ersten Becken rechts, da kommen die kleinen Setzlinge rein, dann wachsen die drei bis vier Monate in dem Becken, ziehen dann ein Becken weiter, vorne kommen wieder neue Tiere rein und so hat man dann irgendwann vollen Besatz. Genau, und links könnt ihr ein bisschen die Filtertechnik erahnen. Da gehe ich nur kurz drauf ein, wie wir das Wasser sauber halten. Das ist ja bei uns in der Anlage das A und O, dass die Tiere wirklich auch gesund bleiben. Und zwar haben wir einen dreifachen Wasserwechsel. Das bedeutet, dass das Wasser wirklich dreimal die Stunde komplett durch die Filter geht. Und wir haben verschiedene Filter, die das Wasser sauber halten. Das sind einmal zwei mechanische Filter. Das ist der Trommelfilter, der quasi die groben Partikel aus dem Wasser rausholen. Und dann haben wir den Abschäumer, wo wir Ozon einsetzen. Da werden die Feinpartikel aus dem Wasser rausgeholt, also auch Bakterien und Viren. Und das Ozon sorgt dafür, dass quasi alle Bakterien und Viren wirklich abgetötet werden, dass der Fisch dadurch nicht krank werden kann. Und dann haben wir noch zwei Filter, die kümmern sich um die Stickstoffverbindung im Wasser. Die arbeiten mit Bakterien. Das heißt, der Biofilter, der macht aus Ammonium Nitrat. Und im zweiten Schritt gibt es noch einen anderen Filter, wo andere Bakterien leben. Da wird letztendlich aus dem Nitrat gasförmiger Stickstoff. Der geht dann in die Luft und somit haben wir die kompletten Stickstoffverbindungen raus aus dem Wasser. Warum haben wir uns überhaupt für die Anlage von Seawater Cubes entschieden? In erster Linie wirklich erstmal, weil es eine Kleinstanlage ist mit sieben Tonnen Fisch. Zum Vergleich, große Anlagen haben so 200 Tonnen Fisch ungefähr oder produzieren im Jahr 200 Tonnen Fisch. Aber es gibt auch neue Investorenprojekte, die haben dann 600 bis 2000 Tonnen. Also es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Und daran waren wir natürlich überhaupt nicht interessiert. Und uns war es vor allen Dingen wichtig, dass wir den Fisch regional vermarkten können. Also dass er wirklich da produziert wird, wo er gegessen wird. Das heißt, wir verkaufen den später an die Gastro oder auch an den Endkunden und wirklich nur im Umkreis. Und dadurch können wir natürlich richtig viel CO2 einsparen. Und der Fisch ist natürlich auch frisch. Der wird heute gefischt, ist morgen auf dem Teller. Und das ist wirklich eine Qualität, die haben wir jetzt auch festgestellt bei der Gastro, die gar nicht bekannt ist. Also niemand kennt so frischen Fisch. Also die waren wirklich begeistert von der Qualität. Weil wenn man sonst überlegt, wo Fisch sonst herkommt, der hat wirklich oft eine lange Reise schon hinter sich. Und wird noch als frisch betitelt, obwohl er schon eine Woche unterwegs gewesen ist. Genau, also der Selbstversorgungsgrad in Deutschland ist sehr gering. Nur jeder zehnte Fisch kommt wirklich aus heimischer Produktion. Und da habe ich auch gerade mal eine Frage an euch. Hat vielleicht einer von euch eine Idee, welches der größte Fischhafen in Europa ist? Hat da jemand vielleicht mal eine Antwort? Oder hat da jemand einen? Wie bitte? Das ist tatsächlich richtig. Wir sind hier gerade in Frankfurt. Das ist natürlich interessant. Also wirklich, also oft war der Fisch auch schon im Flugzeug. Und deswegen die CO2-Bilanz ist wirklich richtig schlecht. Und mit so einer kleinen Anlage, wo man den Fisch vor Ort verkauft, ist das natürlich wirklich eine richtig gute Sache. Genau, was uns auch noch überzeugt hat, das war die Kundennähe. Weil mit unseren Schweinen kämen wir es ja nur so, wir haben die Schweine auf dem Hof, die verkaufen wir an einen großen Schlachthof. Und da haben wir letztendlich, sind wir gar nicht am Kunden dran. Wir können nichts selbst bestimmen. Auch die Preise kriegen wir vorgegeben. Also es ist kaum bis gar kein Verhandlungsspielraum. Und jetzt mit den Fischen ist es so, dass wir wirklich alles selbst in der Hand haben. Also von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Verkauf. Und das macht es natürlich für uns besonders interessant. Dann ist die Anlage auch in vielerlei Hinsicht wirklich nachhaltig. Weil wir haben nur ein Prozent, also wir müssen nur ein Prozent des Wassers in der Anlage austauschen. Wir haben insgesamt 70 Kubik in der ganzen Anlage, also 55 im Becken und 15 noch in den Filtern. Das heißt, am Tag wird wirklich nur ein Prozent davon ausgetauscht. Es sind dann 700 Liter dementsprechend. Und das kriegen wir vor allen Dingen damit hin, dass wir auch das Spülwasser, was am Trommelfilter anfällt, das wird nicht komplett verworfen. Das kommt in eine Sedimentation. Das heißt, da haben die Partikelzeit, sich abzusetzen. Das obere Wasser ist dann irgendwann klar und das kann wieder zurückgeführt werden. Und somit haben wir wirklich wenig Wasserverbrauch. Und nachhaltig macht die Anlage außerdem auch noch, dass der Fisch ein guter Futterverwerter ist. Der kann aus 1,2 Kilogramm Futter ein Kilogramm Fleisch machen. Und bei den Schweinen ist der Wert zum Beispiel bei 2,6. Also in der Hinsicht ist die Anlage auch nachhaltig, weil wenig Futter eingesetzt werden muss. Und dann haben wir natürlich, wie man das jetzt hier auch auf dem Bild sehen kann, eine sehr gute Wasserqualität. Und die ist für uns natürlich besonders wichtig, weil wir dadurch den Fisch bei guter Gesundheit halten können. Das heißt, wir müssen keine Medikamente einsetzen. Und eine andere große Besonderheit ist noch, dass wir den Fisch wirklich auch direkt, oder dass man ihn direkt roh verzehren kann. Also klassischerweise muss man Fisch eigentlich oft sogar auch noch erst aushältern, also ein klares Wasser setzen für eine Zeit lang, damit dieser Beigeschmack weggeht. Und hier kann man den Fisch wirklich aus dem System entnehmen und sofort roh verzehren, auch ohne ihn vorher einzufrieren. Das ist sonst auch eigentlich der Klassiker, dass man Fisch erst einfrieren muss, bevor man ihn roh verzehrt. Aber hier ist es nicht nötig. Jetzt möchte ich euch noch gerne so ein bisschen den Prozess erklären, wie lange das alles so gedauert hat, bis die Fische dann bei uns auf dem Hof eingezogen sind. Und das erste Treffen, das wir hatten, das war im November 2021. Da haben wir die Gründer von Sea Water Cubes, also zwei der Gründer, das sind Karolin Ackermann und Christian Steinbach. Karo ist heute auch hier. Die haben wir auf der Innovate Convention getroffen und haben da schon mal so ein paar Fragen gestellt. Genau, um einfach schon mal festzustellen, okay, könnte das für uns sein. Die eigentliche Idee oder das wir doch von Sea Water Cubes gehört haben, war tatsächlich, ich habe meinen Mann heute nochmal gefragt, war glaube ich schon im Mai 2019. Also wirklich noch einige Zeit davor, aber dann hatten wir auf dem Hof irgendwie super viele andere Projekte, die wir erst umsetzen mussten. Und die Kinder waren natürlich auch nochmal kleiner und dann haben wir uns irgendwann gesagt, nee, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Aber da war dann auf jeden Fall der erste Kontakt und dann haben wir im Januar 2022 uns die Pilotanlage angeschaut. Das war natürlich auch vor allen Dingen für mich dann ein guter Tag, um einfach auch die Anlage mal live zu sehen, weil man muss, ich war vorher noch nie in so einer Indoor-Fisch-Schwarm drin, dass man sich das einfach mal anschaut. Und dann kann man ja viel besser entscheiden, ob man sich das vorstellen kann. Dann habe ich ein paar Monate später, am September, dann die Online-Schulung gemacht und wie ihr seht, ich habe ein Zertifikat, ich habe es doch geschafft. Genau, das war auch eine coole Zeit. Also habe ich erst über mehrere Wochen immer von zu Hause aus mich da hingesetzt und verschiedene Vorlesungen mir angehört zum Thema. Es fing wirklich an mit, was ist ein Fisch? Kann ich mich noch gut daran erinnern, aber es war auch wichtig, weil ich hatte, wie gesagt, vorher bin Quereinsteigerin, nichts damit zu tun gehabt. Dann waren Themen wie Biologie, Wasserchemie, Anlagentechnik, also alles wurde vermittelt, was letztendlich wichtig ist, um die Anlage zu betreiben. Und dann habe ich einen Monat drauf, im Oktober, habe ich dann die Praxisschulung in Saarbrücken gemacht. Da sind wir tatsächlich mit der ganzen Familie angereist, weil ich ja mein, der Jüngste war da echt noch irgendwie erst ein Dreivierteljahr alt, den konnte ich noch nicht allein zu Hause lassen. Das heißt, meine Mutter war mit, mein Mann, unsere drei Kinder, alle vor Ort und die Mama durfte mal immer den ganzen Tag lang sich weiterbilden und das war auch eine coole Zeit, genau. Ja, und dann ging es dann natürlich mehr in die Praxis. Also dann war ich direkt an der Anlage, habe den Anlagendienst gemacht, wir haben mal abgefischt und weiterverarbeitet. Genau, da habe ich dann die Anlage noch mehr kennengelernt und auch festgestellt, okay, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Dann ging es weiter, Ende 2022 haben wir dann den Bauantrag und die Genehmigung, also uns darum gekümmert. Das hat vor allen Dingen mein Mann gemacht. Das war tatsächlich ein längerer Prozess, weil erst hieß es, dass wir die Anlage gar nicht landwirtschaftlich betreiben dürfen, weil es ja auch gewerblich betrieben werden kann. Und dann dachte mir das ja, okay, was machen wir jetzt, wie kommen wir da jetzt raus? Und dann haben wir letztendlich einen anderen Fall herangezogen und zwar von der schwarzen Soldatenfliege. Die wurde im Kreis Borken landwirtschaftlich produziert oder gehalten, wie auch immer. Und dann haben wir das als Fall herangezogen und gesagt, ja, wenn die landwirtschaftlich betrieben werden kann, die Anlage dann ja Fisch wohl allemal, so ungefähr. Und dann ging es, glaube ich, noch ums Futter, dass wir in der Theorie 50 Prozent des Futters für unsere Fische selbst herstellen können. Und wir bauen ja Getreide an und die Flächen sind da, also bräuchte man sogar noch viel, viel weniger Fläche, als wir überhaupt haben. Von daher haben wir das dann zum Glück so durchbekommen. Dann im Juni 2023, ich habe es ja gerade schon gesehen in dem Video, wurde dann die Anlage aufgebaut. Das ging ja dann alles recht flott. Und im September 2023 haben wir dann die ersten kleinen Fische eingesetzt. Die bekommen wir so als Setzlinge aktuell aus Nordfrankreich. Die bringt dann die Firma Sea-Water-Cubes zu uns. Genau, und jetzt so knapp neun Monate danach sind unsere ersten Tiere groß genug. Das heißt, jetzt im nächsten Monat, im Juli, starten wir dann mit dem Verkauf. Die Fische so 400 bis 450 Gramm und dann können wir immer wöchentlich, sind das 300 bis 350 Tiere, die wir entnehmen und dann an die Gastro verkaufen oder direkt an den Endkunden. So, jetzt stelle ich mir die Frage, und passt das jetzt alles so, was uns da ausgedacht haben, bin ich damit zufrieden? Oder sind wir damit zufrieden? Weil jetzt ist so ungefähr ein Jahr um, seit die Anlage bei uns auf dem Hof ist. Und tatsächlich war es eine spannende und lehrreiche Zeit für mich, die natürlich auch so ein paar Herausforderungen mit sich gebracht hat oder auch noch bringt. Und in erster Linie, ich habe das immer so in Hashtags unterteilt, ist das für mich so das Thema Mutter sein, was mich so beschäftigt, weil unsere Kinder sind ja noch relativ klein und sind alle wirklich um 12 Uhr auch wieder zu Hause. Also ein relativ geringes Zeitfenster für mich, was zu machen. Und tatsächlich habe ich den Bau der Anlage aber auch bewusst so geplant, dass wenn unser Jüngster in der Kita ist, dass ich dann Zeit dafür habe. Und tatsächlich komme ich mit der Zeit auch in der Regel gut aus, nicht immer. Also manchmal ist auch Unterstützung natürlich von den Schwiegereltern und den Eltern nötig, aber meistens passt das sehr gut, weil so ein bis anderthalb Stunden braucht man so am Tag für den Anlagendienst. Aber es haut natürlich an manchen Tagen auch nicht unbedingt hin, aber man hat ja auch noch anderes anzutun. Man kocht ja noch, man macht ja noch Wäsche, alles Mögliche. Genau. Aber tatsächlich ist die Anlage wirklich, muss ich sagen, eine gute Möglichkeit, auch für Frauen den Einstieg in die Landwirtschaft zu finden, weil man es letztendlich, es ist kein Fulltime-Job und man kann es in dem Sinne nebenbei, nebenbei ist jetzt nicht übertrieben, aber man kann es nebenbei, ich sage es jetzt mal so, man kann es nebenbei betreiben. Meistens, ich muss ja gar nicht klicken. Genau. Ja, dann noch so dieses Thema Technik, sage ich mal, weil ich muss tatsächlich sagen, bevor ich die Anlage betrieben habe, hatte ich eigentlich keinerlei Technikerfahrung. Das war für mich wirklich auch herausfordernd, weil da natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit daraus resultiert. Man hat da mit Experten zu tun, die haben die Anlage aufgebaut, die kennen sich aus und man selber steht dann da, das ist eigentlich eine ziemlich doofe Frage, stelle ich die jetzt überhaupt? Aber tatsächlich ist da mit der Firma Seawater wirklich ein super Austausch da und auch eine super Beratung. Also man kann jederzeit anrufen und wir haben auch wöchentlich zum Beispiel einen Duo Fix, wo wir gerade den Stand der Lage besprechen, wo geguckt wird, keine Ahnung, was für Bestellungen fehlen gerade noch oder wie läuft es damit oder was gibt es für Probleme? Wie sind die Wasserwerte? Alles Mögliche und tatsächlich darf man da auch blöde Fragen stellen und die werden dann auch beantwortet. Also das habe ich gelernt, auch wenn die Fragen doof sind oder einem doof vorkommen, man sollte sie stellen, weil sonst ergeben sich daraus natürlich auch Probleme. Und tatsächlich wurde das System so auch für Laien entwickelt. Das macht die Anlage auch besonders. Also es ist ja erstmal eine vollautomatisierte Anlage. Man bekommt aber wirklich viele Anweisungen, was auch zu tun ist, wenn jetzt ein Problem auftaucht. Das ist jetzt auch was Neues, was jetzt hinzugefügt wird. Ich habe also in meiner Anlage so einen kleinen Bildschirm, wo verschiedene Aufgaben für jeden Tag aufploppen, sage ich mal, und die kann ich dann abarbeiten. Und jetzt sollen auch noch zum Beispiel einige Videos erstellt werden von Reparaturarbeiten. Und wenn man irgendwas machen soll, die man dann noch abrufen kann, dass man dann da auch eine gute Anweisung bekommt, wie die Aufgaben dann zu erledigen sind. Und ja, ich lerne natürlich immer dazu über die erste Schulung. Das war ja so, wo ich so das Rüstzeug mitbekommen habe. Aber tatsächlich ist der größte Lerneffekt für mich tatsächlich die Praxis. Und ich merke auch immer mehr, dass ich jetzt so auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern von Sea-Water-Cubes reden kann. Das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Und ja, fühle ich mich als Unternehmerin. Ich würde ja sagen, ich bin so auf dem Weg dahin, weil ich mache es ja auch so. Ich bin ja auch noch wirklich dieses Mutterthema. Und man macht es an vielen Stellen wirklich irgendwie nebenbei. Aber das braucht ja auch Zeit. Ist ja noch nicht lange, der ganze Prozess. Das dauert noch ein bisschen. Genau. Dann Thema Management. Was für mich auch noch so herausfordernd war, ist immer so alles im Blick zu behalten. Das finde ich an manchen Stellen auch jetzt noch nicht so einfach. Also, dass man zum Beispiel rechtzeitig Futter bestellt. Hört sich jetzt ja irgendwie doof an. Oder das ist richtige Futter. Ich habe auch schon einmal aus Versehen falsches Futter bestellt, weil ich dachte, es wäre nichts mehr da. Und dann hat man da so eine große Menge von Futter da, wo man denkt, okay, was mache ich jetzt damit? Oder auch Sachen zu koordinieren. Wenn die Setzlinge kommen, muss auch der Impfstoff da sein, weil der eine gewisse Zeit lang braucht, um den herzustellen. Weil die Fische werden, die kommen bei uns an, sind dann eine Woche noch in so einem kleinen extra Netzgehege und bekommen dann so ein Tauchbad mit einem bestandsspezifischen Impfstoff, dass sie dann bei uns gut starten können. Und ja, da muss man auch die ganzen Zeiten natürlich einhalten. Und ja, letztendlich ist es also für mich ein Prozess so, dass sich selbst Organisierens und sich Strukturen zu erarbeiten, um dann auch letztendlich Fehler zu vermeiden oder auch Fehler nicht noch wiederzumachen, die man bereits gemacht hat. Ja, und dann war mir auch nicht so klar tatsächlich, dass wenn man was Neues macht und sowas ganz Innovatives, und da gehört der Cube auf jeden Fall zu, dass man dann auch in die Öffentlichkeit kommt. Also es waren schon viele, also das Interesse ist wirklich groß. Ich war schon auf dem Titel vom Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Wir hatten natürlich schon verschiedene Zeitungsartikel und der WDR 5 war jetzt zum Beispiel auch bei uns. Ja, und das ist natürlich auch herausfordernd, weil man natürlich oft auch Leute auf dem Hof hat, die am Fischfenster gucken. Wir wohnen da, man sieht das direkt, man ist oft gefragt, man wird auch außerhalb mal angesprochen und auch erkannt, obwohl man die Leute selber gar nicht kennt. Also alles neue Erfahrungen, die man so macht. Aber es macht auch Spaß und natürlich freut es uns auch sehr, dass das Interesse so groß ist. Genau, dann kann ich uns und mich auch als Pioniere, glaube ich, bezeichnen, weil letztendlich sind wir erst die Zweiten, die so eine Anlage haben. Mehr Anlagen gibt es tatsächlich noch nicht. Das heißt, die Anlage ist an sich zwar wohl ausgereift, aber immer noch in der Entwicklung. Das heißt, bei uns finden auch so ein paar Umrüstungen noch in der Anlage statt, mit denen man dann natürlich umgehen muss. Aber es macht es natürlich auch letztendlich spannend, sich auf diese neuen Dinge auch einzulassen. Und letztendlich leisten wir dadurch auch Pionierarbeit für andere Anlagen. Weil was wir jetzt schon durchmachen und für Erfahrungen machen, das müssen ja dann andere nicht mehr so durchmachen. Und letztendlich entwickelt man sich natürlich weiter durch diese Herausforderungen, die man da macht und bewältigt. Und man kann den Prozess auch aktiv mitgestalten und das ist natürlich auch schön. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, es war bisher eine intensive Zeit, die aber auch auf jeden Fall gut war. Und es muss sich letztendlich alles erst so ein bisschen entwickeln und einspielen. Aber ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Das schon mal so als kleines Fazit. Genau, jetzt noch kurz was zum Thema Kooperation, Startup und Landwirtschaft. Genau, ihr habt ja vorhin schon bei dem Zeitstrahl gesehen, dass wir die Firma Sea Water Cubes, also die Gründer und die Mitarbeiter, schon recht lange kennen. Und letztendlich arbeiten wir wirklich eng zusammen und sind so irgendwas zwischen Arbeitspartnern und Freunden, würde ich mal so sagen. Also es macht schon echt Spaß, wenn man mit denen und ja, letztendlich arbeiten wir wirklich eng zusammen und helfen uns gegenseitig. Wir sind zum Beispiel eine Showanlage, das heißt zweimal im Monat ist bei uns immer der Open Container Day. Da könnt ihr unten auch so ein paar Fotos sehen, da kommen wirklich Interessenten, hauptsächlich aus der Landwirtschaft und schauen sich dann unsere Anlage an. Das sind immer zwei sehr intensive Tage, die wir dann haben. Aber auch so sind ab und zu mal Anlagenbesichtungen dann bei uns auf dem Hof. Und dann sind wir auch auf Messen präsent, also es macht dann viel mein Mann. Der geht dann mit Sea Water Cubes zu irgendwelchen landwirtschaftlichen Messen und letztendlich helfen uns somit gegenseitig. Wir helfen letztendlich Sea Water Cubes bei der Bekanntwerdung und die helfen uns, weil wenn wir, wenn die Erfolg haben, haben wir Erfolg. Das ist schon, haben auf jeden Fall alle was von und im Gegenzug bekommen wir auch viel Unterstützung dafür, dass wir uns so einsetzen. Dann helfen uns Caro, Christian und Co. bei der Vermarktung unserer Fische, auch bei der Umrüstung der Anlage auf den neuesten Stand. Da sind die auch immer sehr entgegenkommend und natürlich bei der Bekanntwerdung. Ja, Open Container Day und Besichtigung habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann ist jetzt noch ein ganz aktuelles Thema, dass wir gerade eine Genossenschaft gründen. Da haben wir uns entschieden, weil wir halt überlegt haben, es macht total Sinn, wenn andere Anlagen jetzt auch entstehen nach und nach, dass man sich da zusammentut und dass man wirklich miteinander arbeitet statt gegeneinander. Das heißt, wir können dann wirklich viele Synergieeffekte nutzen, sei es jetzt, dass wir einfach ein breiteres Fischangebot überhaupt dem Gastronomen bieten können, weil man kann in der Anlage nicht nur Wolfsbarsch halten, sondern auch andere Warmwasser-Meersalz-Fische, also Dorade zum Beispiel, Roter Trommler, Baramundi, ganz verschiedene Arten. Das heißt, jeder könnte dann einfach eine andere Art anbieten und so hätte die Gastronomie auch ein größeres Spektrum zur Verfügung. Dann kann man natürlich Erfahrung und Wissen austauschen, man kann gemeinsam Online-Shop betreiben und die Vermarktung gemeinsam machen, Springerkräfte, also da kann man ja unzählige weitere Sachen aufzählen. Genau. Ja, und zum Schluss noch die Schulungen, die ich ja auch mitgemacht habe, die fanden bisher immer bei der Firma Seawater Cubes in Saarbrücken statt und die bauen jetzt allerdings ihre Anlage gerade zurück. Das heißt, demnächst werden die Schulungen dann auch bei uns stattfinden. Ja, das war's von mir. Finn, zu Ende. Darf man noch vom Fischfenster? Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.